um mannen ich kann mich auch weil ich kann dann nicht auch geholfen wird hier weggeschoben ach so ich will mal schauen was sein muss, deshalb habe ich dich jetzt mal nach vorne äh ist nichts jetzt sterben wir in dir ok das heißt das ist auch schon mal die lösung des rezeptes wir müssen beide zu den schalter hin ich würde mal mit dem schopf gehen immer auf den knopf jetzt nix machen jetzt machst du da ein gelbe satz und dadurch springen oder ich habe es einfach jemand zurück also den weg entlang bei dir das ist auch noch eine fläche wo du durchsprungen kannst ja daran dass wenn ich das gelbe setzte das ist das portal da weg ja und ich glaube dass man den sprung schafft ne ok was kann man noch machen ja vielleicht doch ich hatte eine bessere idee gehabt warte 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 ich hatte eine idee gehabt ne warte ich komm gar nicht mehr hoch ich hatte jetzt eine idee aber du kannst doch da ein portal setzen dann kommst du da wieder hoch auch ich habe es ich es ich es ich es 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 ein und der nix und ich war und kann nicht nur kurz sein ich hab mir hatte ich noch mal probieren weil ich das gelbe jetzt einfach vorher gesetzt ich hab jetzt ne Idee wenn das bleibt jetzt so so jetzt machst du das gleiche setzt ein gelbes da wieder hin und ich mach das dann für dich alles 1,2,3 und was, wo ist das jetzt runter gefallen ja von irgendeinem gebiet das wir noch nicht gesehen haben ich denke er fliegt da vielleicht gegen den laser weil da ist ja auch dieses fallsymbol oder nein 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 puh puh ok da muss die kugel hin geil das bringt's das ist ein schalter wir haben nicht mal mehr den blauen strahl ich hätte ne Idee aber da brauchen wir den blauen strahl hol mal den blauen strahl hol mal den blauen strahl gut da musst du aber gleich wieder hier auf den schalter ach scheiße ansonsten komm ich ja mit dem blauen strahl nicht mehr her ich will dass du da hingehst da komm ich ja nicht hin aber dafür brauchst du den blauen strahl von hier ja der futter war nicht ich hab keinen Pocken auf diesem map soll ich auch schon mal ne runde sterben gehen ok ich muss das machen ach das geht doch gar nicht so ok ok da kommt die kugel her jetzt haben wir bitte die kugel auf meyer du musst da hin wie komm ich da jetzt hin hm hm du bist du witzig aber ich weiß wie ich hoffe ich muss das mal wieder auf den schalter ich hab keine wie viel Spaß entschalte Bordmann kurz ich muss mir immer einen Plan ausdenken ich weiß jetzt wie ja da komm ich dran warte kurz jetzt geh da hin nein 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 ja super jetzt geh da links rein du musst nach oben gucken wenn du rein willst musst du nach oben gucken warte mal kurz hab ich richtig keine Ahnung was solltest du noch nicht machen und jetzt muss es machen ich glaube nur dass ich schon unterwegs war nicht du hast 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 ich du hast du ich kommst du das geht ja jetzt nicht mehr Aber wie wäre ich sonst jetzt hier auch nach hierher gekommen? Ich hätte da hingegen sollen, du da Weil dann wäre dein Portal nicht weg Wo? Nein Ein Portal wäre echt wie in dem Moment, wenn ich hier durch will Nein Nicht wie in meinem Kopf Also soll ich sterben gehen Du musst jetzt auf den Schulter gehen Du musst auf den Schulter gehen, aber da komme ich nicht weiter an den Schulter Also noch mal sterben gehen Also noch mal sterben gehen Ich muss noch meinen Kopf in den Plan durchgehen Moment Boah, ey, ich komme durcheinander Und warte mal Okay, und setze da und da erstmal Portal hin Äh, musst du doch machen Nein, ich muss ja da durchgehen Du willst jetzt durch Weil gerade sollte ich ja noch auf die Links da rauf gehen Das ist ne Idee Das ist ne Idee Du willst ja jetzt reingehen, ne? Das geht ja nicht, weil ich auf den Schulter da rauf muss Ja, genau Das ist der Spaßfaktor Weil beide müssen ja auch da rein, weil der Kugel ist ja noch da hin Ja, aber wir können ihn beide hin, vielleicht nicht rein, ansonsten sind wir vielleicht beide tot Der eine kann ja auf den Schulter gehen, dann ist das schon mal das Ding weg Ja, dann geh du erstmal auf den Schulter Ja, aber wie komme ich da hin, ohne Ähm, ohne den Schulter noch zu berühren Keine Ahnung Man müssen eh an beiden Seiten sein Das würde ich ja schaffen, Mama Ich würde sagen, das reicht doch glaube ich erstmal, wenn wir irgendwie beide drüben sind und immer noch den blauen Strahl haben, oder? Ich will den roten, blauen Strahl Ja, nicht den roten, sondern nur den blauen Und dann? Weiß ich nicht, dann können wir weiter überlegen Dann haben wir halt schon mal den blauen Strahl müssen und beide drüben Kann man denke, ein bisschen mehr machen als So Ah, da oben ist der Ausgang Ich glaube, ich schreibe auch meine Idee an die Feld über Ah, da bin ich mir noch ein bisschen Spaß an die Feld Hallo? Jetzt, ja, wo war's ich denn? Äh Moment, wenn ich da bin, kommst du nicht mehr zu mir Setz doch dein roter Portal mal nach unten hin Nach unten? Nein, da unten, hier Ich kann es jetzt gut zeigen, unter meinem blauen Dann fliege ich wieder genau in die andere Richtung Dann würde ich sterben Dann würde ich sterben, genau Dann fängt wieder alles von vorne Ich hatte es anders in den Kopf gehabt, oh Du darfst da nicht durchgehen Scheiße Jetzt müssen wir die rechte Dahlen, sodass ich da durchkommen Lassen wir es erstmal so Hä? Warum bist du dumm? Ich hab doch anderes hingesetzt Hä? Nein, ich bin es genau so hingesetzt, dass ich im Förderfall Auf jeden Fall musst du so hinkommen, dass Oh, da komm ich ja nochmal hin in die Position Du musst so hinkommen, dass du dann nicht durch den Portal gehen kannst, aber trotzdem durchgehen kannst später Okay? Dann hab ich ne Idee Erstmal muss ich hier wieder nach oben hin Dann reicht das, wenn du das ein bisschen weiter nach oben setzt Ja, so, bleib so Dann kann ich nämlich Das da hinsetzen Loh, die sind komisch Ach ja, mein Portal ist ja dann weg Ach nee, egal Ich weiß nicht, egal ist es nicht, weil ich komm jetzt hier nicht mehr weg Ach ja, komm mal Ich weiß nicht, egal ist es nicht mehr weg Ich weiß nicht, egal ist es nicht mehr weg Ach, ich weiß nicht mehr weg